Ja wo sind sie denn jetzt? Ach hier in der Ecke, guck mal! Ach wohl ne, es war nochmal so da. Entweder unter uns? Ach hier ist sie doch! Ach hier! Guck mal an, ey jetzt halt die sich. Komm schon bam 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 bam! Komm schon bam 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 bam! Ja wenn man so die Augen zu macht, ne? Sehr unglücklich gewesen. Ja wenn da auf fünf Typen stehen, weißt du, und eine Frau. Ach egal. Ja alles klar, gut. Okay, dass du direkt an sowas denkst, wenn du fünf Typen und eine Frau siehst. Da wirst du ja wahrscheinlich was er so am Wochenende macht. Was genau Freunde, willkommen zu einer neuen Fan-Front mit dabei. Darkseid! Hallöchen! Ich will ne kleine Runde hellen wir was Schurken. Du bist Greedo, wa? Ich bin Greedo, ja. Ja. Und ich guck über die Schulter von euch. Im Palpatine. So hat er die kleine Motherfucker. Also da vorne, ja lass zusammen bleiben. Kleine Schrumpel... Ähm... Rosine. Kompletten Blitz einfach ins Nichts gehauen. Hatte ich auch schon drauf. Hinter uns, hinter uns. Da ist Luke. Alle auf Luke? Na... 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 Mal Granate rein, hier. Zack. Da will er weg. Ich bin hinter dir! Ich bin hinter dir, ja. Ich bin hinter dir, ja. Ich bin hinter dir, ja. Oh, läuft doch weiter. Ich verwechsel ständig die Knöpfe, ey. Na, hatte ich auch gerade. Auf Chewbacca! Ja... Na, ja, ja. Ach, die bleiben dann aber nicht mal stehen, ey. Hab nicht schon eine Giftgranate? Ich geh aber auf eine andere Seite. Ja, die war gut. Ich kann ihn heilen, kann ich hier nicht. Ich bin hinter Chewbacca. Ich seh gar nichts mehr, übrigens. Boah, Alter, was der einen Schaden macht, ey. Lass mir mit Gift zudröhnen. Ah, jetzt ist der oben, ne, ja. Oh, ich kann doch heilen. Ein bisschen verwirrt jetzt. Ah! Hilfe, Hilfe! Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Da war ein normale Soldat. Den kriegen wir. Der hier. Oh, kids! Ah, fuck. Hinter dir ist noch einer. Hinter dem Scheißteil hier. Gerade raus. Zack, hier. Jetzt springt er weg, der Penner. Da mal hier! Genau der Typ, so. Alter! Ich glaub hier oben bei Lando. Hier oben bei uns hier. Ich hab den da grad irgendwie gesehen. Echt? Durch den Scanner hab ich den gesehen. Ach, ich komm mal gar nicht durch. Ach, scheiße. Ne, ne, ne. Boah. Hier ist er. Ja. Mal Gift hier. Boah, hab ich getroffen. Ja, der kassiert, der kassiert. Jawoll. Ja, der kassiert, der kassiert. Jawoll. Ach. Geht doch. Ja, sowas läuft, ja. Na, haben wir uns auch schon mal schönen Vorsprung rausgeholt wieder. Ja. Ach, ja. So, mal gucken, was die anderen Leute bei uns können. Hm. Leute, mach doch mal, Alter. Immer so ungeduldig, ne. Noch 10 Sekunden. Der eine bei uns schläft. Er schläft, ja. Ja, hat der Bubba genommen. So. Kann ich mal Bagda schmeißen? Zack, zack, zack. Erstmal an deinen Kopf. Boing. Wobei, die spielen eigentlich so... Jo, wahrscheinlich der kleine Wichser, Mann. Jo. Der hat mich kaputt geboxt. Warte, warte, warte. Keiner boxt dich kaputt. Es gibt Drache. Wo ist der? Oh, oh. Ja, wahrscheinlich Chicken Wings. Ich bin hinter Bubba. Oh, man, ja. Die sind wieder alle unten, Mann. Unten ist Chewbacca. Chewbacca ist gleich tot. Chewbacca ist richtig. Ja, Chewbacca ist tot. Wo mein Bubba ist Luke? Ja, da kommen sie alle von der Treppe hier. Nein, wie konnte er mich aus der Luft kriegen, Mann. Im Normalfall sollten wir das gewinnen. Er darf jetzt bloß nicht zu der Heilung laufen. Ja, 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 ja. Boah! Ja, nein! Jawoll! Du hast schon wieder einen Kill abgestoppt. Was? Ich hab mir das hart... Du machst hier gar nichts fürs Team. Ich hab mir das... Ich hab mir das hart gearbeitet, ja? Ich bin die ganze Zeit da hinterher gelaufen. So, hier, Palpatine am Start. Jetzt klaut er mir auch noch den Team da hin. Ja, wir müssen uns vorher absprechen. Ich dachte, du nimmst den Availer oder so, weißt du? Ja, er ist auch schon weg von Sir Rambo, ja. Sir Rambo. Folglich hast du Dinger genommen. Jo. Jut, jut, jut. Gut kombiniert, Sherlock. Yeah! Und er rennt gleich nach vorne wie so ein Tank hier, jawoll, und hier oben. Moment mal. Ja, Vader, du kleiner Lapp. Mal auf, mir die Kielze geklaut. Fress das, Alter! Wo bist du? Die sind alle da hinten, wa? Ja, ich bin ganz alleine gegen Luke und den Dinger... Warte, ich bin in der Nähe. Ach, die hat sich geheilt, wa? Shit. Ich bin tot. Das war ganz schlecht von mir jetzt. Boah, ich muss mich noch schnell heilen, Alter. Komm schon. Dieser Odd-Tide, Alter! Mojo! Booyaka, booyaka! Go Ninja, go Ninja, go! Go, go, go! Ach man, die 90er Jahre, ja. Das waren die besten Zeiten. Die 90er Jahre waren die besten Zeiten. Da warst du ja auch schon 25. Ja, genau. 1992. Da war ich noch halbwegs jung, ey. Da hinten ist Luke, ich hole mich hoch. Bleib stehen! Ich komme hier nicht über die Brüste hoch, Mann. Über die Brüste kommst du nicht hoch? Ja. Du mal wieder verstehst, geil. Da hinten ist er. Mann! Komm schon! Kriegen wir doch, Mann. Ich will das hier... Ich will das hier festmachen. Ich heile mich mal schnell. So, da sind die Kills am Start. Obst am Rann ist ja noch im Plus. Ansonsten kannst du direkt nach Hause gehen. Komm schon! Ich glaube Luke hat noch 30 Prozent, ey. Eigentlich müsste ich Vader heilen, warte mal. Ja, bin da noch. Obwohl es dauert noch ein bisschen. Ah, ich hab da wieder getötet. Bin, glaube ich, der einzige noch. Oder? Ja, shit. Die alle wegrennen. Ich muss mich mal gleich heilen, ey. Bist du wirklich der letzte, Nuno? Ja, aber ich bin noch... Was habe ich jetzt? Ich habe jetzt 91. Wo ist denn dieser Odd-Tight, Alter? Kein Wunder, dass ich schon wieder Hass schiebe auf den. Ich war schon hinterher, Mann. Der scheiß Pussy ist, ey. Der rennt die ganze Zeit weg, der Luke, Mann. Aber was soll er auch machen, weißt du? Ja, trotzdem, weißt du. Der springt da rein, springt hin und her. Der ist der geilste Zocker der Welt. Der ist der Heftigste. Der ist Luke selbst. Weißt du, himself. Ja. Aber wir haben ihn. Okay, cool. Hat schon eine E-Mail an Disney geschrieben. Ey, warum tauscht du den Lappen nicht mal aus, Mark? Ich spiele den Luke jetzt. Und dann rennt der weg durch die ganze Map. Hat ihn aber nichts gebracht. Ja, hat ihn nichts gebracht. Du warst immer zu krass, Mann. 9-1. Ich hab mal drauf geguckt, aber danke. Ich wollte erst zum Schluss drauf gucken. Danke, hast mir die Überraschung versaut. 9-1. 2.295 Punkte. Oh, shit, ey. Vierter des Teams. Ja. Willst du noch mehr Informationen? Ne, danke. Reicht erstmal. Besser als die Auskunft, der Typ. Vielleicht bist du ja doch die Nummer 1. Naja, man weiß es nicht. Man munkelt. Man munkelt, oder? Oh, da ist Chewbacca. Ich geh mal von der Seite ran. Ach, wohl, die geht's gar nicht lang, oder? Warte mal. Ich hab die Map hier so selten gezockt. Oh, da ist Luke hinter uns auf dem Hangar. Oh, Todesschruppler hier. Komm, zack. Yo, Chewbacca und irgendjemand mit der E4. Nice. Oh, Chewbacca, der ist hier unten, wa? Fuck, Mann. Ich glaube, Luke hat nicht mehr so viel gehabt. Boah. Da waren Chewbacca und, äh, Lea. Chicken Wings. Ich glaub, die haben beide jeweils auch nur aus der 60-60% oder so. Ich will bei dir spawnen, es geht nicht. Friss das, Lea. Komm schon. Und, was gewinnen wir? Wo sind die jetzt? Links. Die sind hier alle versammelt, ne? Ja. Man müsste so ein bisschen auf Boba aufpassen. Der hat noch am wenigsten Leben. Ah, scheiße. Das ist wieder so ein Versteckspiel hier wieder, wa? Wo ist der letzte Held, ey? Ja. Ja, wo sind sie denn jetzt? Ach, hier in Elke, guck mal. Ach wohl, ne, es war nochmal so da. Entweder unter uns? Ach, hier ist sie doch. Ach, hier! Guck mal an, ey, jetzt halt die sich. Komm schon, bam 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 bam. Ja, wenn man so die Augen zum macht, ne? Sehr unglücklich gewesen. Ja, wenn da auf fünf Typen stehen, weißt du, und eine Frau, oder was? Ach, egal. Ja, alles klar, gut. Okay. Dass du direkt an sowas denkst, wenn du mit fünf Typen und eine Frau siehst. Da wirst du ja bescheid, was er so am Wochenende macht. Da musst du es auch gerade jetzt wiederholen, ey. Ich hab mir echt nix dabei gedacht gerade, aber gut. Shit, ey. Aber gut, dass du auch einer bist, bam 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 bam, wie cool ist. Ja, schnell muss es gehen, ne? Keine Zeit verschwenden, ey. Schön drei, vier schnelle, aber harte Stöße, dann warst du das eine erreicht. Hart, aber effektiv, genau. Hart, aber effektiv, ja. Ach, geil. Wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Guido. Okay. Ach, steht der schon 4-0, meine Fresse. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Weiße Westi hier. Warum fliegt der da immer durch? Ich kapier das nicht. Oh! Wo war denn die Chewbacca gerade? Der ist bei Wälder, wa? Jo. Ja. Ey, Mann, ey, ich schieß da drauf. Ah, endlich ist die Tür geklaut. Oh, erstmal rein in die gute Stube hier. Meiner hier. Aber alle drei Höhlen auf den einen Typen, ey. Krass. Hier ist Luke. Ja, ja, ja. Kettenblitz. Ach, scheiße, jetzt springt er weg. Ich seh gar nichts. Ich seh gar nichts. Ah, da rennt wieder weg, ey. Der ist hier oben, warte mal, warte mal, der ist jetzt... Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Der rennt hier runter, glaube ich. Ich glaube, ich könnte ihn abfangen. Warte mal, wo ist der, wo ist der? Ja! Da ist er! Oh, der hat doch fast volles Leben, Alter. Hilf mir, Leute! Wo bist du, wo bist du? Oh, der macht mich fertig! Nein! Dieses Miststick. Eine Sekunde vorher, ey. Guck mal an, ey. Hat er noch abgewartet. Ja, töte ihn, töte ihn, töte ihn. Ah, geil. Ach, ja. Ich glaube, die sind doch irgendwie gelieft, ne? Kann das sein? War die nicht vorher? Ja, so in allerletzter Sekunde. Wir haben die Serien, DarkSaid, YouTube. Scheiße, man, ich werde online losgestellt. Genau. Ah, shit. Ah, gut, Leute. Das war dann eine Runde Höhlen, was schoben. Ging eigentlich okay, so. Ja, war solide. Teamleistung war gut, 5-0. Ja. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall, ja. Ja, das war's. Danke fürs Zusehen. Haut rein, lass gerne ein bisschen Feedback da. Und tschüss. Und tschüss.